Liebe Leute, willkommen zurück zu The Day Before. Wir springen nochmal rein. Es hat einen Patch gegeben. Und der hat auf jeden Fall das Lagerproblem behoben. Nämlich, dass wenn man Sachen eingelagert hat, diese dann verschwunden waren. Was natürlich bei einem Extraction Shooter, wo es darum geht, möglichst viel Kohle zu machen, denkbar schlecht ist. Und jetzt schauen wir mal rein. So, wir haben nämlich ein bisschen Kohle. Ich bin gerade drauf gegangen. Ich habe geschaut, wie das Ganze läuft. Läuft bisher ziemlich gut, muss ich sagen. Also jetzt performance-mäßig und so. Es gab keinen Absturz. Es hat nur einen Versuch gebraucht. Also gleich beim ersten Mal bin ich auf den Server gekommen. Da haben die auf jeden Fall recht schnell dran gearbeitet. Ich glaube, das war sogar schon am Tag des Streams behoben. Als ich dann mich verabschiedet habe, war nämlich der Patch da. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen... Also wir haben schon mal 60762. Was haben wir denn hier? Oh, die gefällt mir gut, ne? 688. Gekauft, mein Freund. Können wir was verkaufen? Nichts. Tschüss, John Goodman. See you, buddy. So, das ist natürlich ein bisschen... ...ein bisschen... ...sehr karg ausgerüstet. Ja, it's such a nice day. So, die Kohle lagern wir da. Dann ziehen wir los. Erstmal normale Loot-Runde. Schauen, dass wir ein bisschen was zusammenbekommen. Im Idealfall natürlich Schrott, um das zu verkaufen. Aber ich würde natürlich auch einen Rucksack nehmen. Wir schauen mal. Ja, und ich denke, zum Spiel ist alles gesagt. Also sowohl von meiner Seite, das habe ich alles in diesem Stream gesagt, als auch von eurer Seite. Viele haben sich negativ dazu geäußert, sind enttäuscht. Ist okay. Einige sind optimistisch, so wie ich auch. Und wir werden sehen, was dabei rumkommt. So, acht Schuss. Im Clip. Und 60 haben wir noch dabei. Dann wollen wir mal schauen. Oh, da läuft ja schon jemand. Das schaffe ich nicht. Das ist zu weit weg. Da würde ich eher auf mich aufmerksam machen, als alles andere. Down, Leute. Oh, es gibt leider keinen Hinweis darauf, dass ich jemanden gekillt habe. Hallo? Ja, die brauchen dringend eine Überwinden-Animation, dass man hier so rüberkommt. Aber gut, das können die noch machen. Aber das ist mega lästig. Dass der da nicht einfach so rüberkommt. Möglicherweise kommt der hier auch nicht rüber. Ich muss außen rum. Einen kleinen Moment, bitte. So, das war gerade der erste PvP-Kill von mir. Und das freut mich natürlich. Jetzt schauen wir mal. Der hat auf jeden Fall einen Rucksack dabei. Und ich habe bemerkt, der hat gar nicht gesehen, wo ich war. Also, der hat die ganze Zeit... Der saß ja hier auf der Straße. Von den Schüssen her, ich kann noch nicht einschätzen... Äh, hier... Eiei, ist aber eine Menge los. Oh, was ist das denn alles? Hose. Jacke. Adios. Warte mal, eine Mütze gibt es nicht. Da ist doch auch noch eine Waffe oder sowas. Oder sehe ich das falsch? Ne, ne? Ja, Treffer-Feedback und sowas. Daran müssen die arbeiten. Also, das Schießen an sich ist schon ganz gut. Aber es muss irgendwie... Irgendwie ein bisschen direkter sein. Ich muss das Gefühl haben, dass ich da wirklich jemanden treffe. Und nicht, dass dann Schuss... Und dann habe ich den getroffen und dann... Äh, äh. Das ist... Ein bisschen zu hakelig. Für ein Spiel, was eben PvP... Fokussiert ist, würde ich mal sagen. Das ist nah dran. Da vorne ist ein Zombie. Irgendwo da. Warte mal, komme ich hier irgendwie andersrum? Da liegt einer. Ich höre hier doch was. Ich weiß nicht, ob diese liegenden Zombies tot sind... Oder ob die nochmal aufstehen, wenn ich zu nah dran bin. Ich hoffe tatsächlich, dass sie... Hier auch grafisch. Also, was die Schärfe angeht. Mir ist aufgefallen, im Livestream... Spulierte das doch sehr viel mehr, als es im Spiel tatsächlich ist. Also, es sah doch ein bisschen... ...undschärfer aus. Muss ich aufpassen. Ah, da geht es leider nicht durch. Aber ja, so ein Schärferegler wäre schon nicht verkehrt. Dass die das einbauen, dass man sagt, okay, komm hier. Drehen wir ein bisschen höher. Mach das mal ein bisschen schärfer, oder was? Weil das ist alles von den Texturen her recht weich. Was an sich nicht schlimm ist, aber es könnte halt ein bisschen schöner sein. Und gerade bei Spielen, wo man ein bisschen was erkennen möchte und so... ...ist es dann nicht so super, wenn alles rot-braun so ein Matsch ist irgendwie. Also, ganz so schlimm ist es nicht, aber... ...es ist eben nicht ideal. Könnte das sein, dass der über mir ist? Oh, da ist einer drin. Eieiei, das war knapp. Denn wenn ich den wecke, dann kommt der von oben bestimmt. Oder drüben. Ich bin nicht ganz sicher, wo der Typ ist. Oh, wir haben eine Menge Loot, Leute. Wir haben eine Menge Loot. Zeig mal kurz, wo ist der Exit? Ich habe einen Rucksack, das heißt... Oh, das ist direkt hier unten, wo ich herkomme. Da kann ich gleich wieder raus. Ach nee, das ist ohne Rucksack. Ja, die Symbole muss ich noch erkennen. Warte mal, das ist... ...ohne Rucksack. Ansonsten Evakuierung direkt da drüben. Hinter diesen Lagerhäusern. Darum soll es jetzt erstmal gehen. Überleben, ein bisschen Kohle machen. ...und dann zusehen, dass man sich... Ich glaube, ich habe hier gerade noch einen gehört. Keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe. Keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe. Okay, ich gehe mal davon aus, dass der ebenfalls dahin möchte, wo ich hin möchte. Hier war er schon. Was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass man auch, während man in der Mission ist, oder auf der Map ist, Missionen annehmen kann. Das möchte ich aktuell nicht nutzen, weil ich erstmal raus möchte. Wir schauen nochmal. Haben wir den direkten Weg direkt geradeaus? Aber der Typ ist auf jeden Fall noch da. Ich werde es nicht ganz leicht haben, den vorher zu entdecken. Weshalb ich es wahrscheinlich nutzen sollte, hier so ein bisschen außenrum zu gehen. Ja, auch vom Sound her dürften Sie gerne so ein bisschen an den Schritten arbeiten. Sowohl der Sound an sich, als auch was zu hören ist. Also ich glaube, irgendwie geduckt hier unterwegs sein, macht keinen Riesenunterschied. Was aber eben auch an den Schritt Sounds liegt. Das ist einfach nur so ein Stipp, 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 Stipp. Und das hört man dann eben. Und auch hier, das ist auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das gern so habt, aber wenn ich mich so lehne, dann höre ich die Schritte weiter links. Wisst ihr, wie ich das meine? Also das... Was ist das denn hier eigentlich für ein Ding? Das ist so ein bisschen verwirrend. Das klingt nämlich so, als ob dann links von einem jemand läuft. Obwohl das die eigenen Schritte sind. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ich bin noch ein bisschen gierig. Und wenn das nicht den Tod bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Auch das geht nicht. Ebenfalls nicht. Aber der Werkzeugkasten hier vielleicht. Yes! Komm, gib mal was. Die habe ich schon, danke. So, jetzt noch eine schöne Waffe und dann bin ich zufrieden. Oder ein Helm. Oder 60 Schuss. Auch nicht schlecht. Muss ich nochmal schauen, dass ich den Exit hier erkenne. Ach, warte mal. Das ist der Bunker, ne? Das kennen wir doch. Jetzt muss ich nur aufpassen. Exit-Camper-mäßig bin ich hier sehr vorsichtig, weil die Ausgänge eben markiert sind und dadurch jeder natürlich weiß, wo jemand raus muss. Gefühlt gibt es immer nur einen Exit mit einem Rucksack. Dann gibt es die ohne Rucksack und es gibt welche, die nur nachts genutzt werden können. Was ist dann natürlich sehr, sehr eingrenzt, wo man raus kann und demnach die Exit-Camper natürlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen müssen. Und dann stehen sie da und knallen einen ab. Das bleibt bei so einem PvP-Ding nicht aus. Aber ich denke mir irgendwie auch immer, will nicht jeder irgendwie raus? Sieht gut aus. Let's go! Mit zittriger Animation. Und raus. Erster Kill. Jede Menge Loot. Einen Rucksack. Eine neue Waffe. Leute. Wenn das kein voller Erfolg war, dann weiß ich auch nicht. Eine schöne Jacke hier. Silent Hill 2 Style. Mit der Taschenlampe. So, jetzt können wir ein bisschen was staschen. Ein bisschen was verkaufen. Das läuft. Das gefällt mir übrigens ganz gut, dass man direkt ins Lager geworfen wird. Ich würde sagen, wir nehmen die 60 mit. Essen und Trinken füllt sich hier super schnell auf. Das ist also anders als bei Tarkov. Was so viel heißt wie... Ich lasse alles hier. Ist ja wohl völlig klar. Versorgen können wir uns hier mit. Das können ebenfalls hier bleiben. Ja, das war ein voller Erfolg. Was ist das hier? Lappen. Zigaretten sind bestimmt ein bisschen was wert. Ach, warte mal. Da steht ja ein Preis. 25, 25. Das gefällt mir ganz gut. Obwohl, nee. Das ist... Nee. Das ist ja... Ja, doch. Schön. Vielen Dank. Bis bald. Ja, alles klar. Ach, die Waffe. Ich brauche nicht zwei Waffen. Du bist nackt. So. Ja, ja. Zack. Ja, dieses Gelaber dürfte meinetwegen ruhig rausfallen. Also, ich muss nicht oben Lager zu öffnen. Hier ist mal... Hey, how are you doing? Good day to you, sir. Zeig mir mein Lager. Das werde ich noch so oft nutzen müssen, dass ich das gern rauslassen dürfen. Handeln. Ich will ein bisschen was verkaufen. Ein bisschen mal auf die Preise schauen. 81, ja. Shampoo hat aber zwei Slots hier. So war es natürlich. 89, nicht verkehrt. 96. Also, Werkzeuge sind viel wert. Schauen wir mal. Würde fast Sinn machen. Ich weiß nämlich nicht so genau. Reparieren wir 225. Wie ist denn aber der Zustand? Wenn 225 der Reparatur... Die Reparaturkosten nach der ersten Runde sind... Wie viel Schuss habe ich abgegeben? 20, 30? Aber die Preise sind natürlich ordentlich, ne? Das ist natürlich ordentlich. Ähm... Ich frage mich halt, ob ich alles hier an jede Waffe anbringen kann oder nicht. Ah, jetzt habe ich das versehentlich gekauft. Guck mal. Auf Wiedersehen. See you, buddy. Wir schauen mal. Wir haben ja die Werkbank. Äh, wo war die? Hier vorne. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Modifikationen? Keine. Untersuchen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nett. Grafisch sieht das auf jeden Fall super aus. Die Waffe so. Sehr schöne Texturen, wie ich finde. So ein bisschen abgenutzt da oben und so. Das ist gut geworden. Ja, aber bringt mir nichts. Das heißt, dieses Rotpunkt-Visier, das verkaufen wir wieder. Auch wenn ich da jetzt Verlust mache. Aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Obwohl, das könnten wir vielleicht für die andere Waffe nutzen. So. Das kommt erstmal rüber und die Kohle ebenfalls. Haben wir 700. Aktuell ist es so, wenn man stirbt, bekommt man 500, damit man sich wenigstens eine Pistole kaufen kann. Aber wir schauen mal. Duisburg. Viel Erfolg, Duisburg. Ja, so viele Kleinigkeiten, die sich so summieren und man dann sagt, ah, wenn das ein bisschen besser wäre. Also wie ich schon sagte, die Sounds natürlich, Trefferfeedback und aber auch, was die Zombies aushalten. Also die halten viel, viel zu viel aus. You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Da können die ohne Probleme zehn Gänge runterschalten. Denn ich finde die Zombies genauso wie halt auch Scavs, wobei da ist es vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber die sollen halt so ein bisschen für Stimmung sorgen. Und da soll man halt vielleicht mal dann Pech haben und die stehen dann plötzlich vor einem und man ist ein bisschen gezwungen, hier irgendwie Lärm zu machen. Und aber wenn ich da sechs, sieben, acht, zehn Schuss reinballern muss, scheint mir ein bisschen zu viel zu sein, ehrlich gesagt. Okay, das ist ja drüben schon offen. Okay, das ist ja drüben schon. Wechseln wir mal wieder. Sieht natürlich aufpassen, wenn hinter mir einer genau da ist, wo ich herkam. Dann fällt er mir ja gleich den Rücken. Sehr gut, das ist ein bisschen was wert, haben wir gelernt. So, im Allgemeinen könnte ich das mal besser nutzen. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen aktuell. Milch, da vorne ist ein Zombie. Ich häng fest, oh nein. Jetzt geht's. Komm, gib mir was Gutes. Was ist das hier? Make-up-Pinsel. Danach hab ich gesucht. Wasserfilter, ich schätze mal, der ist ein bisschen mehr wert. Jetzt. Ach, was doch doppelt geht. Will ich stacken? Nein. Oh. Komm her. Ja. Also, das sollte oberste Priorität haben, ehrlich gesagt. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema von dem Spiel und so. Und der gute Seko hat's auch im Discord schon geschrieben. Und ich kann ihm da nur zustimmen. Ist nicht, und ich stell mich hier auf keine Seite. Ich weiß, ich spiel das noch, weil ich optimistisch bin. Weil ich die Kombination aus diesem Genres gern hätte. Deshalb wünsch ich mir, dass die hier dranbleiben. Es geht nicht ums Spiel. Es geht nicht darum, dass Leute das zurückgegeben haben oder irgendwas. Ich finde, die Art und Weise, wie manche Leute über dieses Spiel reden und anderen Leuten gegenüber reden, weil sie eine andere Meinung haben oder so, ist wirklich alarmierend. Also, wir wissen alle, dass einfach Leute im Internet mit Anonymität und so Sachen raushauen manchmal, wo man denkt, ey, wenn du vor mir stehen würdest, würdest du so nicht mit mir reden. Aber das ist wirklich jedes Mal erschreckend, ne? Was sich dann Leute da so... Nehmen wir das lieber. Ja. Wie Leute sich verhalten und so. Das ist wirklich abartig. Und jeder kann seine Meinung haben, keine Frage. Ich finde, wie man mit Menschen umgeht, die nicht der gleichen Meinung sind, das macht so ein bisschen aus. Und da wünsche ich vielen Leuten einfach noch ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Einsicht und... Dass sie ein bisschen was aus so den Sachen lernen, weil... Ich weiß auch nicht, also... Das finde ich schon immer ziemlich heftig. Oh, ich höre Schritte. Auch ortungsmäßig wird es schwierig. Die grobe Richtung kenne ich jetzt, aber... Ich kann aber nicht genau sagen, ist der über mir? Oder in dem Gebäude? Sagen, der ist da drin. Was haben wir hier? 48er Slot. 60er Slot. Nehmen wir aber trotzdem mit. Schauen wir eben auf die Map. Wir haben hier den Tagesausgang ohne Rucksack. Da den Nachtausgang ohne Rucksack. Und da kommt die Schwierigkeit. Da haben wir jetzt einen weiteren. Da ist übrigens das Kaufhaus. Und da haben wir noch einen. Wo ist das Ding? Da drüben. Wir befinden uns hier, also halten wir uns mal so ein bisschen rechts. Da haben wir gleich zwei. Das wird jetzt ein bisschen... Mit nur acht Schuss im Clip. Könnte das schwierig werden. Ja, und Nahkampf. Das haben wir ja im Livestream schon festgestellt. Ey, gebt uns Nahkampf. Wenn ich keine Munition mehr habe, will ich wenigstens die Fäuste nutzen können. Oder lass es ein Messer sein. Standardmäßig hat jeder ein Messer, was keinen Slot verbraucht. Womit ich dann Stealth killen kann. Oder eben mich wenigstens wehren kann. Weil ansonsten ist das... Ja, hier und der hat mich jetzt gesehen zum Beispiel. Das ist auch Quatsch. Das waren jetzt drei Kopfschüsse. Ein Halsschuss, würde ich sagen. Und ich kann die jetzt auch nicht mehr looten. Ich würde eigentlich im Idealfall ganz gern dadurch... Erstmal grob ein paar Straßen gehen und dann wieder auf die Karte schauen. Ja, heb erstmal deine Beine. Ist schon okay. Sehr schön. Das bringt ein bisschen Kohle. Solange der hier in der Nähe ist, halte ich mich lieber ein bisschen entfernt. Hohoho, sehr gut. So, was machen wir? Hier rechts hoch, zweite links, ne? Und dann erster rechts. Road closed, ja gut. Was sind wir denn hier? Gib mal was. Ja. So eine schöne AK. Oder... Kosmetiktasche ist auch okay. Danke. Ah, das geht hier nicht. Das checke ich noch nicht so ganz, wieso manche Sachen nicht lootbar sind. Das geht aber... Mach auf. Einfach modisch in den Mund schau. Geht auch nicht. Okay. Wir sollten abhauen. Irgendwie kommen die Schüsse näher. Das ist die falsche Richtung. Warte mal, wir müssen zurück und dann links rein. Das ist der schnellere Weg. Und wahrscheinlich auch der bessere, weil hier nicht so viel los zu sein scheint. Das sieht mir eher nach so einem Platz aus. So aplicamentos aus. puntos aus. Okay. асс cyclic. досffne. Das ist alles. Droll. Selbstverständlich kann ich alles. iyach5. So, hier gehen wir. Rechts. Wir könnten auch geradeaus, ne? Hängt ein bisschen davon ab, ob hier die Straße jetzt geschlossen ist, oder nicht? Ne, das sieht gut aus. Ja, und ein Kritikpunkt, den ich häufiger gelesen habe, es sind so wenig Zombies da. Also ich mag das so. Ich finde das so genau richtig. Ich will, dass es spannend bleibt. Ich will die Ungewissheit haben. Ist in der nächsten Straße einer oder nicht? Oder in einem Auto und so. Das finde ich zum Beispiel richtig cool, dass die aus dem Auto gesprungen kommen und so. Dass die durch Lärm aufgeweckt werden quasi. Das gefällt mir schon echt gut. Und auch die Map, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Also das ist auf jeden Fall eine Ecke, in die ich hier noch nicht war. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Es ist schön detailliert. Auch so was die Schilder angeht und das alles, dass das so Animationen hat und so. Das finde ich ganz nett. Und die haben ein Parkhaus, wo ich komplett reingehen könnte. Also das ist schon ganz nett. Und ja, natürlich ist es alles irgendwie inspiriert von The Division. Immer wenn ich so geduckt laufe, habe ich so das Gefühl, ich spiele The Last of Us. Warum muss das denn was Schlechtes sein? Also warum kann man denn nicht sich inspirieren lassen von Spielen? Wie viele andere Spiele haben sich von anderen inspirieren lassen, wo man sagt, ja, das ist aber genauso wie da. Und trotzdem wird das so akzeptiert. Also ich finde das schon völlig okay. Am Ende des Tages sagt man ja, ja, ich hätte gern so ein Spiel, so eine Mischung aus und hier hat es halt jemand versucht. Und die Kombination gefällt mir sehr gut. Und das darf ruhig aussehen wie bei The Division. Weil das sieht verdammt gut aus bei The Division. Grafisch besser als hier, aber... So im Allgemeinen vom Setting her und so gefällt mir das schon. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Müssen wir mal kurz nochmal auf die Karte schauen. Wie machen wir das? Können wir hier links... Also einfach geradezu durch. Könnte durchaus sein, dass es... Doch, da geht's durch. Wo ist der denn? Warte mal, da ist noch... Ach, da vorne ist er. Ja, auch hier, das klingt zu laut. Dafür, dass der hier 30 Meter entfernt steht. Wir haben noch so viel Platz. Sollen wir mal schauen, ob wir hier noch was kriegen? Hier so eine Pizza oder so. Oder nichts. Auch okay. Okay. Okay, ich glaube, das war's an der Stelle. Ich werde nicht drum herum kommen, ihn zu bekämpfen. Oh, da kommt einer. Da drüben läuft noch einer. Er kommt, trefft immer schön aufeinander. Okay. Gefühlt habe ich ihn jetzt einmal getroffen. Was ist denn der Typ von links jetzt? Der hat natürlich jetzt die bessere Position. Der könnte in diesen Laden reingehen. Blöde Situation. Keine Ahnung. Auch hier wäre es wahrscheinlich besser gewesen, einfach gar nicht zu schießen. Der schießt hier auf jeden Fall noch rechts. Okay, ich glaube, der eine hat jetzt... ist jetzt down. Wenn ich Glück habe, wird der gerade gelootet. Mein Zombie. Haben die sich hier direkt an der Wand getroffen, oder was? Da ist er. Komm, mach mal schnell. Ist das der größere Rucksack? 72, sehr gut. Gut. Wir holen ab. Überladen. Steht hinter der Facecam. Wird jetzt schon ganz gern überleben. Vielleicht sieht man mich hier nicht im Texturmatsch. Es ist da vorne, ne? Es ist da vorne. Leute, wünscht mir Glück. Ja, Treffer-Feedback und zum allgemeinen Gunplay könnte ein bisschen feiner sein. Ich verstehe schon, dass die natürlich auch wollen, dass man Waffen-Upgrade-Kits und so kauft. Ja, ich meine, also... Das ist eindeutig zu viel. Viel zu viel. Zwei Schuss und dann muss Ende sein. Oder ein Headshot. Überladen. Ja, das wird jetzt schwierig mit der Ausdauer. Jetzt habe ich natürlich ordentlich Lärm gemacht. Direkt links von mir, hinter diesem... Da, drüben. Leute! Komm, komm, komm. Schön vorsichtig. Ich weiß, ich hätte den anderen jetzt noch looten können, aber ich wollte da schnell weg. Und ich gehe mal davon aus, dass der sich schon ein bisschen was geschnappt hat. Der hat ordentlich Schmuck dabei gehabt und so. Möglicherweise war der im Kaufhaus, denn das ist ja hier Richtung Norden. Und hat da ein bisschen Schmuck gefunden. Soll es das sein, Leute? Schaffen wir das? Komm, let's go. Hahaha. Cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Sehr gut. Mit genaueren Sachen. Ein paar Sachen, wie ich schon sagte. Tweaks. Ein paar Kleinigkeiten. Gerade das Treffer Feedback und weniger Schüsse für die Zombies. Ey, dann kann das richtig Spaß machen hier. So, hör mal zu. Wirst du nicht glauben. Na, schau mal hier. Das ist ja unglaublich. 2.700. Ähm, warte mal. Die nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir 3.400. Alles andere können wir so weit, glaube ich. Das kann erstmal rüber. Das können wir noch einlagern. Und der Rest kann, glaube ich, verkauft werden. Goodbye. Oh, wir haben noch eine weitere Waffe auf dem Rücken. Eine AK übrigens. Warte, ich bleib dabei. Ich bin optimistisch. Ich hab Bock drauf. Das macht Spaß. Ich bin froh, dass ich dich gesehen habe. Ich bin froh, dass ich dich gesehen habe, buddy. Hey, Soldat. Ich habe ein großes Arsenal. Schuze, was du willst. 756, ne? Ha, ha, ha. Ah, der Wasserfilter mit 67. Verkauft er dann für 77? Ist gar nicht so viel für zwei Slots. Auch Comicbuch-mäßig nicht so viel. Ich finde allerdings, man kann schon wirklich, wirklich viel mit sich rumschleppen. Also, das ist schon nicht verkehrt. Die reparieren wir einmal. Und die scheint okay zu sein. So, was haben wir denn jetzt? 6183. Sollen wir mal schauen, was wir jetzt... Ja, wäre natürlich schön zu sehen, wie bei Stalker, wenn ich hier raufgehe, dass mir dann angezeigt wird, was ich dafür kaufen kann. Weil das ist mir jetzt so ein bisschen zu... Okay, keine Ahnung, wofür ist das? Für Deproff. Anti-Rutsch. Für welche Waffe, weiß ich leider nicht. Muss man dann halt irgendwann wissen und schauen, ne? Aber so für den Anfang... So, Rucksäcke haben wir jetzt. Hier haben wir einen Helm. Der bietet mir eine Einrüstung. Er kann kleinere Schäden abfangen, aber mehr nicht. Ist eben die Frage, ist es das wert? Doppelt so viel kostet dann schon der Militärhelm. Er hat doppelt so viel Schutz. Das ist so weit auch schon mal gar nicht verkehrt. Aber jetzt 4.000 für ein Polizeihand, der ein bisschen was abfängt. Ich denke, das lohnt sich nicht. Dankeschön. So, dann haben wir 6.100. Die hätte ich eigentlich ganz gern immer an der gleichen Stelle, damit ich das sofort sehe. Die können wir lagern. Die können wir einlagern. Leute! Das machen wir mal so. Das ist ganz gut, oder? Machen wir ein bisschen Essen hier nach oben. Medizin darüber. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Können wir das denn eigentlich drehen? Nein. Sieht nicht so aus. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen mal mit dem Rotpunktvisier rüber zur Werkbank und schauen, ob ich das an die AK wenigstens anbringen kann. Ach, das ist die Deprof. Okay. Mhm. Alles klar. Ähm. Magazin, Handschutz, Visier, Haltung. Mhm. Ja, ich verstehe. Nee, geht doch hier nicht. Ich bin auch eher der Freund von Einzelschuss, von richtigen Gewehren, wie der M1 hier oder so, als dann irgendwie so ein vollautomatisches Ding, wobei man das natürlich im Einzelschuss dann eben auch erregeln kann. Aber gut, das hauen wir jetzt einmal rüber. Wir haben ein bisschen was dabei, wobei ich denke, dass 14 Schuss ein bisschen knapp sind. Wir teilen das mal auf. Warte mal, wo hat der die denn den Zingerhund? Ach da. Ja, das könnte okay sein, oder? 5, 6er Munition brauche ich gerade nicht. Oh, aber die Sortierung hat sich jetzt wieder zurückgesetzt. Okay, das ist gut zu wissen. Dann muss ich mir die Mühe nämlich nicht machen. Denn das Geld hatte ich hier oben und so alles halbwegs sortiert. Das ist jetzt alles wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen Zeug. Ich würde sogar fast sagen... Wir machen das Ganze so. Das passt ein bisschen besser. Take care of yourself. Ja, Leute, ich würde sagen, das war nochmal ein kleiner Einblick rein in the day before. Wie gesagt, ich bleib dabei. Mir macht das Spaß, dass jetzt gerade, wo es so stabil läuft und so... Meine Kritikpunkte habe ich schon angebracht. Daran müssen sie dringend arbeiten. Und dann kann das hier ein richtig tolles Ding werden. Und... Keine Ahnung, wie es wird. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Ich habe viele Server heute gesehen, die alle hoch besucht waren. Ich glaube, es gibt einige Leute, denen das wirklich Spaß macht und die hier das Potenzial erkennen. Und ich sehe das auch. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Falls ein neuer Patch kommt oder so. Hier wird es auf jeden Fall nochmal einen Livestream geben. Und auch nochmal so Einzelvideos und so weiter. Leute, bis zum nächsten Mal mit the day before. Adios. Ciao. 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 Vielen Dank.